Herzlich Willkommen zu Leonie Labert. Eine Minute lang so viele Fragen wie möglich. Viel Spaß! Mein Studium hätte ich mir schenken können, ganz ehrlich. Also, weil ich was studiert habe, was ich jetzt nicht mache. Lehramt. Meine Karriere. Also, ich bin ein ungeduldiger Mensch. Ich wäre gern schneller, weiter, höher, was auch immer, genau, aber ich lerne, dass manche Dinge einfach nicht brauchen. Jessie J. Auf jeden Fall. Geilste Sängerin der Welt. Heftig, geil, einfach nur. Und mega Show, mega Performance, Stimme, Vocals, alles. Kann ich nur empfehlen. Immer Schokolade, Nutella, Kaffee, aber mache ich auch schon, während ich arbeite. Also nicht erst, wenn ich fertig bin. Das war's wieder mit Leonie Labert. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und nächste Woche geht's weiter. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie in die Kommentare und ich nehme sie mit auf.